moin moin leute was geht ab euer holyghost ist wieder am start mit einer neuen folge von cluster truck wie ihr sehen könnt world 4 laser und wie ihr auch noch sehen könnt die facecam ist endlich am start es gab ein paar problemen mit der post ich weiß nicht was da passiert ist aber jetzt ist sie endlich da und es kann losgehen wie im letzten level schon gesehen habt die laser mit und Prozent los geht es einfach ich habe noch Abilities gekauft ich habe mir ein double jump gekauft und das Jetpack und eine Zeitdruck die kann ich mal kurz einsetzen wie ihr sehen könnt zack boom da war sie und jawohl das level geschafft easy auf geht's 2 alles klar ich hab fast gestorben was ist hier los was werden zahlen ist das wenn ich da nicht durchkommen dass der laser kommt oder welchen die Witzel okay das war das doch okay alles klar das heißt wir müssen hier schnell durch der war der doppelstand aber die weg er er das geht schneller das geht schneller hopp hopp ja easy nja easy easy 4 von 2 easy oh was ist hier los aha ok ich verstehe das ist so dieses bunny hoppen ding das erinnert mich immer voll an die Counter-Strike's Zwischenzeiten wenn wir einfach an die Counter-Strike Zeiten wo wir so äh mit dem die Surfmaps und alles wo wir immer so links rechts jumpen mussten immer so schön nice gefällt mir das war wirklich eine geile Zeit damals wow okay okay die fahren auch so okay easy oh 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 die Laser kommen immer näher die Laser kommen immer näher oh mein Gott das wird knapp das wird knapp ui jawohl geschafft das läuft wie am Schnürchen easy was ist hier da müssen wir durch die Löcher springen okay 1 2 2 okay 3 alles klar 4 easy 6 oh mein Gott easy okay dieses Level ist wirklich schon einfach vielleicht kommt noch was wer weiß ich weiß es ja nicht okay das Ziel ist okay erstmal gebrutzelt worden alles klappt muss ich hier drüber und hier drunter drüber umgegrillt ok da muss einmal drüber 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 drunter drüber drunter ja ja wo kommt der denn her der wird sagen wir den Kopf abgeschnitten was geht wo kam der her drüber 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 dr ist hier alles klar nein mann um ein gott doppel laser um ein gott nein gegrillt nein also man merkt wirklich dass ich in dem spiel hier wirklich mittendrin bin also so wirklich das beste spiel was ich jetzt gekauft habe es macht einfach wirklich mega fun und man merkt auch was ich hier mittendrin in welchem an links rechts und so mit bewege wirklich riskanten situationen und so also ich finde das spiel ist wirklich geil jetzt haben wir es geschafft ah nein da waren wir zu schnell yo yo spring 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 da war kein jetpack mehr da wir den jetpack ausgelutscht mann oh nein komm schon kann nicht sein dass wir jetzt hier hängen bleiben so jetzt wird es schon schwieriger also ok oh shit oh shit ah der doppel laser zeitlupe 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 nein spring doch auch was war da los was da los was da los mann oh 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 laser scheiße ah wir sind links gesprungen äh rechts gesprungen nicht nur links ja kann man machen 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 schafft wir das nein wir schaffen das nicht nein nein mann 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 wow doppel laser geschafft nein ah verlassen ok oh am lastwagen vorbeigesprungen 2 mm aah kommt 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 mit der bläser oh yes oh yes zeitlupe zeitlupe nein das war zu früh oh mein gott wuuh shish jawoll jetzt kommen zum achten ok 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 oh oh what what habt ihr das gott what nein oh 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 das ist nicht gerade wirklich passiert wie wir da durchgekommen sind wir sind schön zwischen den zwei lesern durchgekommen keine ahnung wie und dann fallen wir einfach bei dem letzten truck runter das war so unnötig gerade ist nicht dein ernst mann k oh man du wie war zockt alles klar ok ok ob es gar nicht ohne ist oder kommt noch ein leser versteckte leser um an oder dieser gar nicht weggegangen was da los über den ersten der erstzeit der leser direkt weg dann mit dem dritten auf den Diener das Stadion bleibt an die Blätter okay da auch nur Ohrmann mehr klar ich sag's nur an und springe ich nicht ach es war bei den nächsten fahrt ein junger laufen okay die aber so mache ich das denn auch und diese gar nicht weggegangen was da los ist okay wir warten jetzt einfach so jedes mal wenn der weg geht so ok es wird zu spät zu spät einfach zu spät ok komm komm oh ok ja alter nein nein glück gehabt aber nein fast durch gewesen beim ersten mal waren wir doch so gut yo was bringt der so hoch ja 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 wir haben es geschafft oh glück gehabt so jetzt kommen wir in das letzte los geht's okay seitlich ok crash 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 yo lass mir einen Lastwagen da das schaffen wir nicht oh man komm schon ja spring doch oh oh ok ok wieso was ist passiert ich hab doch das hätten wir doch locker geschafft dann na nach oben ach man kann doch nicht wahr sein ja 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 ok Oh man, Alter, was ist hier? Yo, geh runter! Oh ja, alles klar. Oh, wieso? Oh man, dann ist da einfach keine Lastwagen mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, lol, lol nice. Diese Extra, okay, komm, 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 hier, lieb Sie schon, lieb Sie schon, d Och man, immer so knapp, oh ja, fall direkt runter, aber direkt beim ersten Choke, ey. Oh, oh oh, Stein, der Stein hat mich weggeprescht. Oh, ist das dein Ernst? Ist das gerade dein Ernst gewesen? und mann jetzt kommt jetzt reicht es aber ja jetzt komm 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 oh man das ist so nervig da fehlt immer so ein Millimeter oder so bis zu dem Truck und die bleiben einfach so stehen alles klar dann drückt mir der Truck nicht in der Luft zurück oh man dann drückt er mich wieder weg das kann doch nicht wahr sein jetzt kommt schon dieses Level schaffen oder spring doch hoch ich sehe jetzt nicht deine herz jetzt komme ich schon gar nicht mehr voran ich kann doch nicht wahr sein kann doch nicht wahr sein ey einfach mal Pushback ey wie scheiße war das denn gerade Alter es kann doch nicht wahr sein dass wir hier nicht durchkommen ja einfach mal kein Truck mehr da läuft bei uns jawoll oh man ey so jetzt nein 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 flieg doch Mann oh ja ja dann schaffen wir ja Jo, nein, oh, der Fette noch rüber, ach komm schon, ey, jetzt schaffen wir es, komm, jetzt schaffen wir es, mit Ansage, mit Ansage schaffen wir das jetzt, okay, oh, doch nicht mit Ansage, schade. Oh, dann fällt doch nicht auseinander, ach komm schon, das war jetzt voll scheiße, dass die einer A auseinandergefallen sind, die soll schnell durchkommen, dann alles, kann ich nochmal jetpacken, aber das schaffen wir nicht. Oh, Mann, oh, ist nicht dein Ernst, das hat gerade nicht wirklich passiert. Nein, nein, das war dumm, das war dumm, macht kein Kösch. Spring, ja, 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 endlich geschafft. Puh, anstrengend, anstrengend, zum Schluss. So, ja, das Level ist beendet, ich zeige euch wieder mal das nächste Level. World 5 Medieval, also, man spielt im Mittelalter, sieht bestimmt richtig geil aus, ja, ist es auch, richtig nice. Oh, wenn wir jetzt noch quetschen. Bam, nice. Okay, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich. Und, ähm, mehrere Folgen werden kommen, natürlich, weil es einfach nur geil ist, das Spiel. Und, äh, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschausen.